willkommen hier zurück zu resident evil village ja und ich glaube der widerspiel wert ist wirklich sehr groß wenn ich das mal so sagen darf allein schon weil wir wahrscheinlich einiges vergessen haben würde ich mal sagen ich habe auch glaube ich teil 4 damals nie komplett durch geschafft weil ich immer irgendeinen schatz vergessen hatte ich befürchte fast das wird mir hier auch passieren leider 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 wo ist der du eigentlich ist er da oben war der da vorne okay hast du was neues zu erzählen mal gerade gucken ja so ein bisschen ich warte mal angie sehr wertvoll ja komm wir gehen aber erst mal auf die schätze so hier madalina körper da fehlt mir der kopf verdammt ich hoffe ich finde das noch ich hoffe es so sehr so das ist nicht kombinierbar großer kristall der onyx schädel sehr wertvoll so die auf gar keinen fall die wird wahrscheinlich noch richtig viel wert sein irgendwann später so was hast du denn schönes neues explosivgeschosse würde ich aber noch nicht lernen wollen denn wir haben ja noch nicht den granatwerfer was das verbesserter kolben für die flinte vermindert den rückstoß ich würde gerne vermindert den rückstoß ich würde gerne tatsächlich erstmal die waffen verbessern und vielleicht auch die lei oder die lehme lehme heißt die na die würde ich vielleicht verkaufen wollen ich glaube die lehme werde ich verkaufen werkstatt so die lehme könnte ich jetzt noch einmal verbessern auf 160 die m19 soll ich die lehme doch noch mal behalten ich weiß halt nicht inwiefern die noch sich auszahlen wird so 760 schaden bei der taktischen schrugflinte ja so die feuerrate die ist halt null die ist halt schlecht ne war einmal 1,6 bei der anderen ist es 1,7 naja gut komm nachläufig schwindigkeit magazin größe ja so und bei der m19 pistole lasse ich erstmal so hier würde ich vielleicht noch was machen möchte ich möchte ich nicht die feuerrate beim scharfschützengewehr das glaube ich unerheblich erstmal oder das können wir später machen wenn wir zu viel geld über haben ja die lehme könnte ich noch mal verbessern auf 160 und dann noch einmal wahrscheinlich auf 170 so und bei der m19 habe ich aber noch guck mal da habe ich noch 33 dinger frei die wir später noch verbessern können das heißt die wird die wird besser sein als die lehme die wird irgendwann definitiv besser als die lehme ich glaube dann verkaufe ich die lehme oder ich glaube dann verkaufe ich die jetzt schlag mich wenn ich wenn das ein fehler ist aber waffen so lehme ich krieg 30.000 für die das ist schon viel und die schrotflinte ganz ehrlich weg wir haben gespeichert im notfall lade ich noch mal achte mich gar nicht so dann würde ich jetzt noch mal gucken das ist fertig so dann hier feuerrate nachladung schwindigkeit lasse ich mal 22.000 die hr komm so ansonsten hier gucken wir jetzt noch mal hier hätte ich gerne noch den verbesserten folgen den verbesserten kolben ja und ich hätte gerne das ist das spezial zubehör für den griff vielen dank und das brauche ich da nicht mehr für die m 1 für die 1 18 so das ist noch das verwackeln ja so nah ran suchen tue ich da nicht so wie ist das jetzt eigentlich mit dem essen ich muss das jetzt noch essen oder wie ist das warte mal oder hat das jetzt schon hat er das jetzt schon gegessen ich glaube der hat das schon gegessen ja ich glaube der hatte schon gegessen ich müsste jetzt eigentlich mehr gesundheit haben dadurch ich glaube der wird das sofort verzehren denke ich mal ja ich muss ja unbedingt mal aufräumen ist furchtbar aus so ja sehr gerne ich komme gerne ergän so aber hier weitermachen so wo geht es denn jetzt für uns weiter also wir haben noch einen puppenkopf den wir nicht haben hier würde ich jetzt erst mal vielleicht das zweite saft ding beniviento haben wir jetzt okay jetzt kommt das fischmonster ne wahrscheinlich ja gut aber da wollte ich ja eh hin weil da unten gibt es ja noch einen schatz im haus oder sollen wir erst noch mal zum geigenbauer gehen ich würde aber fast vermuten dass wir hier über die brücke noch mal zurückkommen ich guck einfach mal ich glaube nicht dass ich jetzt sofort zum see komme das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen was 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 ja ich dreht man mich doch vor der hätte mich ja mal vorwarnen können was das denn ich bin schwer verletzt lange halte ich nicht mehr durch ich höre ihn draußen auf und ab gehen er hat nicht mal gezuckt als ich auf ihn geschossen habe und jetzt spielt er mit mir das ist kein normaler wolf aber ich verkrieche ich mich nicht wie ein feiger hund wenn ich es zur alten wassermühle schaffe kann ich ihn stoppen ich kann dich beschützen es ist ja nicht weit verdammt mir ist so kalt ich kann meine beine nicht bewegen es tut mir leid luisa bitte vergib mir oh ist das der mann das ist ernest der mann oh fuck okay wenn er es zur wassermühle schafft und er hat es nicht zur wassermühle geschafft scheiße okay ist er jetzt wieder weg ich habe weiß ich gar nicht der hat uns jetzt halb zerfleischt aber er bieten diesen macht das alles nichts aus der schleicht jetzt wahrscheinlich hier rum ja der schleicht jetzt hier rum ich glaube ich weiß auch gar nicht ob wir den überhaupt besiegen können davon mal abgesehen ich würde ihn jetzt mit 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 scharfen munition eindecken aber ich befürchte dass das nix nützt er kommt jetzt hier rauf ich glaube nicht dass wir den besiegen können hau ab so wo ist die müde ja ich mir schon gedacht okay ich wette ich kann den nicht besiegen was ist doch tot oh kristalline bestie ich habe ihn doch besiegt ich dachte ich kann ihn nicht besiegen okay das ist cool das ist jetzt sehr cool ich habe gedacht wir müssten an dem vorbei rennen ja gut dann habe ich nichts gesagt wir hatten ja genug moni holy shit was ein typ also vieh äh so schmiedeiserne schlüssel meine güte das spiel ne das lässt einem echt keine minute atmen hier meine herren ich frage mich wann wir die wann wir den granatwerfer kriegen wir haben ihn gerade bekommen so wir haben was haben wir denn wir haben jetzt ähm explosiv geschosse und wir können nochmal auf ja ich glaube brandgranaten oder was wechseln ich weiß nicht oh dietrich da okay den werde ich aber jetzt auf gar keinen fall schon benutzen das ist noch zu früh ich denke dass wir den später noch benutzen können oh man ich dachte ich kann den werwolf überhaupt nicht besiegen dabei war es dann doch einfacher als gedacht so den schatz haben wir oh man Leute das spiel lässt einem echt keine luft zum atmen ich mag das aber irgendwie also ich weiß nicht es ist auch nicht zu actionlastig muss ich ehrlich sagen ich hatte ja angst dass es vielleicht zu actionlastig wird am ende aber äh ne eigentlich nicht eigentlich finde ich das sogar recht cool so ja das ist einfach nur der raum mit dem ernest hieß er nicht ernest ich weiß gerade nicht mehr wie er hieß ernestlie bin ich mir da nicht so ganz sicher entschuldigung diesen schlechten karlauer entschuldige ich mich okay so wir müssen jetzt noch mal in le dorf wahrscheinlich weil ich will ja noch beim geigenbauer meine belohnung einsacken ach hier sind wir jetzt ne doch nein hä doch hier habe ich die flinte gefunden ach oh da ist eine mechanische tür und noch ein huhn oh so ist das also ja dann kann ich ja das huhn jetzt noch ausschalten und die tür aufmachen ähm wenn wir denn da hinkommen wo ich hin will ach hier so hier ist die mechanische tür mit der kurbel kommen wir hier weiter oder nein kommen wir nicht scheiße was kann ich denn hier einsetzen brunnenkurbel ne da brauchen wir irgendwas anderes okay dann gehe ich jetzt zum geigenbauer dafür muss ich über die brücke warum ist hier überall so grünes zeug das war doch vorhin nicht deswegen habe ich den ort hier auch nicht erst wieder erkannt weil das so grünes zeug hier ach so ja ne sehe ich nicht ähm weil das grüne zeug ähm habe ich gar nicht beachtet beim letzten mal also was heißt nicht beachtet das habe ich das war nicht da man ich kriege hier noch einen Koller echt ohne scheiß so ähm ich glaube ich komme aber nicht dahin wo ich hin will oder 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 ich muss glaube ich doch den langen weg gehen wieder also oben durch die tür und dann wieder zum platz mit der walküre ich glaube ich komme jetzt hier nicht hin wo ich hin will weil ich komme zwar hier dann hin aber das hilft mir nicht weiter ich muss ja hier in den teil das dorf ist kommen und ich glaube das oder kann ich hier lang aber die tür war zu ja komm ich hole mir ich hole mir erstmal ihn hier sonst geht er mir gleich auf den sack hallo so ist er oben naja moin oh da ist ja noch einer hoch hoppla falsche Waffe so warte ich wollte eigentlich hier mitschießen oh das war schön dass ihr euch nebeneinander stellt klasse ich habe direkt Muni gespart sehr schön sehr gut nice Freunde könnt ihr gerne öfter so machen das spart extrem Munition wie gesagt bei Teil 4 habe ich immer gesagt Gruppenfoto haben die sich immer zusammen hingestellt dann habe ich gewartet und dann abgedrückt das hat wunderbar funktioniert so das Huhn wollte ich aber noch mitnehmen wegen Fleisch ähm das Huhn war auf der anderen Seite oder sollte es zumindest sein ja da sind Hühner ach da komme ich erst dran wenn ich okay da ist aber eine Leiter aber ich wette nicht ich glaube ich komme nicht ne da ne ja gut ähm dann müsste ich jetzt wahrscheinlich wie eben gesagt wieder zurück ich glaube ich komme jetzt hier nicht dahin wo ich eigentlich hin will nämlich zum Geigenbauer ich probiere es nochmal aber ich glaube nicht dass das geht bin mir nicht ganz sicher warte mal wo geht es hier lang ah das ist das neue Gebiet wahrscheinlich ne ich denke mal das wird das neue Gebiet sein ich muss erst zum Geigenbauer wir können noch nicht ins neue Gebiet Leute ich muss erst zum Geigenbauer es tut mir leid ähm wir müssen nochmal backtracking es hilft nichts ich muss nochmal backtracking weil das ist viel zu interessant ich will unbedingt wissen was wir da kriegen ich möchte das unbedingt wissen äh halte ich falsch ich will unbedingt wissen was es beim Geigenbauer gibt vielleicht die Magnum das glaube ich aber nicht das wäre das wäre glaube ich zu zu einfach boah ich hoffe nur dass jetzt drüben im anderen Dorfteil keine Lykaner mehr rumrennen weil ich wollte eigentlich nicht so viele Munition jetzt verschwenden eigentlich hatte ich eigentlich nicht vor kurz mal horschen aber ich wie sie horschen horschen sie nichts so der Geigenbauer ähm das war da wo der Schatz ist oder ich glaube schon wüsste nicht dass es woanders war äh ja ich muss nur irgendwie anders gehen ja das ging wieder das war doch wieder so ein Spezial hier ne oh war ich hier schon drin ich glaube ja ja das ging irgendwo wieder ganz blöd durch diesen durch diesen hintereingang ne war das nicht hier sogar beim Stall ja hier ist der Stall und hier kommen wir durch und dann sind wir glaube ich schon da ne so hier einmal drunter so und jetzt müsste ich eigentlich da sein kurz gucken so hier war das Haus ne auf der linken Seite gleich ja oh ich bin so gut okay der Geigenbauer war nicht zu Hause oh die Kisten die spawnen hier aber so ein bisschen oder ähm ist es doch falsch gegangen ne ach das war doch das mit dem roten hä ah ne hä ich bin gerade verwirrt hier war der Eingang Entschuldigung 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 so hier möchte ich gerne rein hallo happy birthday schöne Anspielung so erst mal ein bisschen Muni mitnehmen happy birthday 21 ne doch 27.09.17 ob das eine Anspielung auf 2017 ist wo wir bei einem gewissen Lukas zu Gast waren ich weiß es nicht so was haben wir hier Chemikalie lange keine mehr gefunden so kriegen wir jetzt hier ne schießbare oder ne abschießbare Geige alter was ein Motshammer was sind das für riesen Werkzeuge okay wir brauchen nen Code den wir nicht haben den wir aber vielleicht kriegen so ich werde ihren fünften Geburtstag nie vergessen so 27.09.17 27.09.17 27.09.17 27 27.09.17 27.09.17 jetzt so oh was ein Stahl Rufswilger irgendwas keine Ahnung und Spezialzubehör für oh die Rifle erweitertes Magazin nice sofort ausrüsten so Teil ausrüsten jawohl dann gibt es noch ein Zubehör Teil was wir noch machen können ich glaube das wird die Schulterstütze sein so irgendwas ist hier aber noch wir haben noch nicht alles entdeckt das haben wir schon geschaut da waren wir auch hier ist bestimmt irgendwo noch Leih unter dem Bett oder so hier ist bestimmt noch Leih unterm Bett oder irgendwas in der oder irgendwas zum runterschießen boah ich hasse das ne wenn irgendwas hier noch offen ist was wir noch nicht entdeckt haben hier an dem Werkzeugregal ist nix warte mal das ist noch nicht abgeschlossen warum nicht ich hasse es ich hasse es das Ding hier ne oh doch oh gelbquarz in der Geige oh nices Versteck cool oh man oh man Leute also mit Verstecken von irgendwelchen wertvollen Sachen hier mein lieber Scholli my lovely Mr. Singing Club so jetzt aber schnell zum neuen Gebiet meine Herren okay dann kann ich den Weg nochmal speichern würde ich sagen ähm so so Zeremonienzeit da können wir von so nicht hin da muss ich wieder außen rum oh man die könnten auch mal das Zeug hier aus dem Weg räumen oder ich ich weiß ja nicht also irgendwie ich meine ich sag mal so dass ich dass ich hier schon mal durch kann ist ja schon mal viel wert ja so lass mal gerade gucken haben wir im Dorf jetzt eigentlich alle Truhen wir haben nur noch die eine Tür nicht ne wir haben nur noch hinten die Tür nicht weil mir da noch was fehlt ansonsten haben wir hier aber alles ja nice würde ich sagen und da ist noch mit sechs geflügeltem Embryo muss ich da oben vielleicht hin und hier geht's gar nicht weiter wahrscheinlich höchstwahrscheinlich wird dem so sein ähm Westteil und von da aus kommen wir dann wieder dahin ja ich glaube schon das sieht gut aus glaube ich äh wo geht's denn eigentlich da oben hin ah okay da kommen wir da hin ja nee also ich bin jetzt einmal im Kreis gegangen sehr schön ach man ey eigentlich ist das hier gar nicht so kompliziert aber das Problem ist dadurch dass hier überall die Wege blockiert sind verlaufe ich mich ständig ich denke dann immer ja da geht's lang nee aber irgendwie dann doch nicht und ach ist immer dasselbe es ist echt immer dasselbe und das ist so schlimm einfach wenn ich einfach von hier oben runterhüpfen so Balkürenstatue wir sind gleich da ja hier rüber und dann sind wir da okay super gut so äh jetzt zum Altar und dann gucken wir nochmal da unten gerade wo es da lang geht beim Wehrwolf weil ich weiß durch welche geflügelte Tür wir müssen aber wie gesagt zur Mühle hat er gesagt vielleicht ist das ja auch der richtige Weg wie gesagt weil hier oben ist ja auch noch so ein Embryo Ding da es könnte auch sein dass hier irgendwas ist Schatz der Festung und da ist noch Kannibalenbeute ich bin mir gerade echt unsicher ob wir hier richtig gehen ob ich jetzt zur Mühle muss oder woanders ich weiß es leider nicht bin mir da echt absolut unsicher ach hier genau hier war der der komische Flusslauf ach hier genau hier ist der Heuerhaufen Alter wieso sieht das alles so eklig aus hier mittlerweile oh das ist doch das Gebiet wo ich hin muss scheiße untersuchen irgendeine geschleimige Substanz sieht nicht sehr stabil aus ja okay soll ich jetzt dann doch eher erstmal da oben hin oder also da bei die Embryo Tür beim Friedhof man Leute das Spiel macht mich wahnsinnig wo ist denn jetzt der richtige Weg ich kriege hier echt noch einen zu viel ich glaube so nenne ich die Folge ich kriege einen zu viel ja echt jetzt ohne Mist also das ist oh ich kriege hier echt also Zustände noch wenn das so weiter geht man 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 backtracking hin oder her aber irgendwie so da Friedhof und dann links halten okay alles klar ihr könnt doch nicht hier mehrere Wege offerieren das ist das ist scheiße so hier und dann jetzt einfach nur geradeaus ach klar ne sehe ich nicht meine Munition ist mir ist mir zu schade so hier oben war das genau die müsste jetzt aufgehen hoffentlich so vier geflügelt ach ne sind sechs okay wir müssen den Schlüssel leider noch einmal verbessern okay schade hätte ich sehen können entschuldigung hätte ich sehen können egal die Zeit hängen wir dran das macht nix das hängen wir einfach dran die Typen sind mir egal das ist eine Munitionsverschwendung äh ich will nur sehen dass ich jetzt direkt richtig laufe und nicht wieder falsch so ihr seid mir egal so dann gehen wir mal zum Fischmonster ich glaube das wird richtig eklig ich weiß es nicht ich hab das irgendwie so im Gefühl nachdem wir jetzt eben so ein Rätselding hatten befürchte ich dass wir beim Fischfreund äh richtig eklig richtig richtig ekliges Zeug zu sehen kriegen ich glaube schon was sind das eigentlich Stausee vor allem Stausee ist irgendwie neu oder das ist irgendwie so neu die die Schrift die passt gar nicht zum Rest ja jetzt kommen wir zum zum Wasserwesen zum Fischkönig ja ich werde da oben dieser sechsgeflügelte das ist die letzte Tür die wir dann brauchen an der anderen Seite verschlossen na ist ja reizend boah das stinken muss vor allem so die Sau habe ich natürlich schon gesehen hier die würde ich allerdings mit dem Messer platt machen das verbraucht sonst zu viel Money mal aufpassen die können einem natürlich Schaden machen ne glaube ich komm noch ein bisschen Wildfleisch ah siehste voll einen rein gesammelt echt aufpassen man darf sich nicht vor die stellen mein Gott sau unterwegs hier war der Fisch wahrscheinlich keine Munition na Gott sei Dank so nochmal zweimal Wild und hier haben wir die Windmühle die haben wir auch ganz am Anfang schon gesehen ne und ah ich glaube ich weiß was wir hier irgendwann kriegen die Kurbel hierfür so da genau richtig und einen Schatz kriegen wir da auch noch irgendwann oh was ah kann ich ganz ehrlich kann ich nicht einfach die Kugel nehmen verdammt ok wir kriegen einen grünen Schädel dann so muss ich mir merken dass da vorne dass da vorne das Ding ist Labor ich sag ja das ganze hier ist ein riesiges Versuchslabor für Madame Miranda die wahrscheinlich eine ehemalige Umbrella warte mal Foto eines seltenen Tiers aha eine ehemalige Umbrella Forscherin ist die einfach hier ihr eigenes Ding durchzieht 100 pro ja gut ein Foto eines schneeweißen Schweins war wo das wohl gemacht wurde ja gut das haben wir ja schon gefunden wenn es das ist wo ich denke dass es ist Reservoir Aufzug zum Stausee alles klar ich ahne es ich ahne es wir kommen da zum Stausee und da geht es dann weiter ich gucke aber gerade noch mal hier nach einer Ziege Ziege mal gehen wir dann zum Stausee ich bin schon sehr gespannt so dann vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge bis dann und bis dann